Heute bereiten wir einen sehr leckeren Brokkolisalat. Dazu brauchen wir 500 Gramm frischer Brokkoli, 100 Gramm rote Trauben, rote Zwiebel ein Stück in Würfel geschnitten, 125 Gramm Schinkenwürfel, 50 Gramm Sonnenblumenmenkerne, Zutaten für die Soße in der Videobeschreibung, Salz, Pfeffer, Alles gut vermischen. Fertig, guten Appetit! Bitte liken und abonnieren, um meinen Kanal zu unterstützen. Danke für's Zuschauen! Vielen Dank! –schenke und horrende Montage. Bis zum nächsten Mal.